Moin und herzlich willkommen. Wie ihr wisst, testen wir gerade, wie die bekloppt denn für euch die Apple Vision Pro, von denen wir vier Stück in den USA besorgen konnten und jetzt seit 48 Stunden hier in Deutschland haben. Heute möchte ich euch zeigen, wie funktioniert Videokonferenz mit der Vision Pro. FaceTime habt ihr bestimmt in dem Werbevideo von Apple gesehen. Wir sind im Office-Umfeld unterwegs und ich zeige euch heute, was mit Webex geht. Gerade ist die Webex live in Amsterdam und die haben vorgestellt, eine spezielle App genau entwickelt für die Vision Pro. Die sehen wir uns an. Los geht's. Okay, ihr guckt quasi aus meiner Perspektive. Menü geht entsprechend auf und was ihr sehen könnt, ist, dass hier in dem Vision OS die Webex-App direkt entsprechend mit aufpuppt. Die Webex-App selber ist relativ ähnlich wie das, was ihr wahrscheinlich schon kennt. Ihr habt eure Termine, ihr habt oben das Meeting, was wir hier jetzt einmal bereitgestellt haben und dem werden wir jetzt nun einmal beitreten. Das, was ihr seht jetzt in der Vorschau, ist bereits meine Persona. Sprechen wir gleich noch einmal drüber. Erstmal hier Mute, Stop Video, Join Meeting. Und da sind wir schon im Call. Hallo Mike. Ah, der Michael, wie Apple es nennt, in Persona. Ja, auf jeden Fall. In Persona und mit Persona. Es ist ja nicht so, dass wir das Video heute schon zwei bis dreimal gedreht hätten und somit total spontan streicht das. Ist egal. Was ihr sehen könnt, ist neben dem Mike unterhalb die normalen Menüfunktionen, die ihr kennt. Mute-Button, Kamera-Button, die Layouts, die ihr auch von den Videosystemen kennt oder aus der Webex-App. Die Emojis, die ihr senden könnt. Ich mache diesmal mal nicht das Herzchen, sondern den schnellen Hasen. Und genauso voll integriert die anderen Funktionen, die wir aus dem Webex kennen. Mit unseren Teilnehmern, mit der Recording-Funktion, auch mit der Übersetzungsfunktion. Slido ist integriert. Also das ist schon sehr, sehr cool. Was man jetzt bereits hören kann, ist, wenn der Mike mir einen erzählt. Mike, mach mal bitte einmal voran. Ich kann mir was erzählen über das wunderschöne Experience, wenn wir heute in den Film drehen. Und es ist kein One-Take diesmal, kann man sagen. Genau. Das, was ihr hören könnt, ist, hoffe ich, dass das so rüberkommt, ist dieses Spatial Audio. Das heißt, jetzt gerade, wenn der Mike vor mir ist, kommt der Ton direkt aus seiner Richtung. Wenn ich den Kopf drehe, dann geht der Richtungsbezug mit. Und das ist wirklich sehr, sehr krass. Wir zeigen euch einmal, wie das... Ihr seht die ganze Zeit hier die Persona unten in der Ecke, die da mitläuft. Ihr habt vorhin gesehen, ich sehe momentan nicht wirklich so aus. Zum einen nicht so jung, zum zweiten habe ich ja die Brille auf. Wir zeigen euch einmal, wie das drüben bei Mike aussieht. Dazu nehme ich hier mir meine... Warte mal, Mike, ich lege dich kurz zur Seite. Wupp, Mike, da. Meine Desk Mini, die ich hier aufgebaut habe und nehme jetzt an dem gleichen Call über die Desk Mini Teil. So, dass ihr jetzt gleich drüben beim Mike von mir zwei Bilder habt. Ich schiebe das hier wieder rüber. Du bist in Persona und im Original mit Brille zu sehen. Genau. Ihr habt mich jetzt zweimal. Ihr könnt also einmal die Aufnahme der Desk Mini sehen. Das ist das, wo ich die Vision Pro aufhabe. Und dann seht ihr die Persona, das heißt diesen Avatar, der angereichert wird mit den Live-Aufnahmen aus den Innenkameras, die innen in der Brille sind, und den Außenkameras, die die Gestik mit abfilmen, die aber auch die Mimik mit abfilmen. Und ihr seht, wie krass das eigentlich ist. Wie cool, dass Mimikspiele und sämtliche Facetten davon wirklich dabei tragen werden. Also es ist echt kein Avatar, sondern wirklich die Kombination aus dem Scan und den Live-Aufnahmen. Das ist schon sehr krass. Lass mal gucken, dass wir den Robin noch dazu nehmen. Ich sage, das ist was lauter, weil es wie, weißt du, Regieanweisung. Robin? Ah, die von Geisterhand. Da ist er. Löft. So, jetzt Rätselraten. Man erkennt quasi nur an dem roten Abdruck, den der Robin im Gesicht hat, und dem Hintergrund, dass auch der Robin als Persona da ist, im Gegensatz zu mir, sieht der Robin ja tatsächlich so jung aus wie seine Persona. Also sowohl real wie... Vielen Dank. ...streicht das her. Großartig, ne? Was ganz cool ist, hier spielen die Layouts halt komplett rein. Das heißt, ich kann mit den Layouts, je mehr Teilnehmer das sind, umso besser halt auch entsprechend spielen. Und was auch eine krasse Nummer ist, ist, dass durch die volle Integration der WebEx-App in das Vision OS ihr jetzt hingehen könnt und einzelne Videoteilnehmer nehmen könnt und aus der Applikation, aus der Video-Applikation rausnehmen könnt. Das ist das, was wir immer wieder als Anfrage haben in den Konferenzsystemen. Kann ich, wenn ich drei Monitore habe, auf jedem Monitor einen anderen Standort darstellen? Hier geht das. Ihr greift euch jeden Teilnehmer einzeln, löst den einfach aus der... Ach, mein Daumen... Ne, das ist das Robins Daumen hoch. Ja, ihr nehmt euch jeden Teilnehmer einzeln, greift den aus der App entsprechend raus und legt den nebendran ab und hat letztendlich fast wie früher die Immersive-Systeme um euch herum mit den verschiedenen Teilnehmern. Dazu zeigen wir euch... Warte, ich schmeiße euch einmal wieder zurück hier in das Layout. Yeah. Dazu zeigen wir euch noch ganz viel mehr. Vor allem Dingen, das wird uns interessieren, wie funktioniert Screen Sharing in einem Call mit der Vision OS und das kann ich vorweg nehmen, das ist der Knaller. Erst recht, wenn ihr darüber denkt, was ihr für Schweinereien mit dem Webex-Whiteboard machen könnt, was raumfüllend ist und ihr malt mit den Händen in der Luft, abonniert den Kanal, dass ihr das nicht verpasst. Kommt uns besuchen, spätestens zur Veranstaltung am 7.3. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir werden die beantworten oder wir machen euch ein kurzes Video dazu. Bis dahin, viel Spaß. Tschö. Tschö. Ich habe so eine Videoaufnahme gemacht. Ja, die stoppe ich jetzt. Habe ich gemacht.